Wer eist 1000 Millionen Euro in Deutschland in der Nachricht? Echt? Ja, ich sage jetzt mehr als 1000 Millionen Euro. Ja, aber jetzt? Nein. Ja, 11 ist 20, oder? Ja, das kommt ja gut. Dann geht's nochmal dann. Ja, das ist heute 5, oder? Dann geht's dann noch mal, bisschen zum Kupupupen. Es liegt schön. Und hier sein. Wup, Wup. Es geht auch. Lachen, Lachen, Lachen. Ja, dann ist es geil. Oh, oh. Ja, ne? Oh, ich bin ja, du. Ja, warum? Mit dir besser. Hallo. Dankeschön, wir können uns doch einmal bei der Kollegin sein. Oh, ja. Hallo, ich bin ja. Ja, das ist eine interessanteogientation. Okay. Und jetzt kunst du es parallelESS. Aber ja, doch, das ist eine Exe, die hier ein Zauber tragen. Das ist ein Zauber, das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber, das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber, das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber. Das ist ein Zauber.